Alex, ich kann nicht aufhören zu essen. Hab Hunger. Was isst du denn? Honigwappel. Schreifen. Ich find's immer so nice, wie du A- und L-mäßiges Ding am Essen bist. Vielen Dank, Bro. Team ist safe dabei, Jungs. Ich lande hier. Der könnte direkt batzen. Bitte, bitte komm rein, bitte komm rein. Einer landet hier in dem Haus, Nico. Oh, K-90 auf Ehren. Ich hab mir den Sassensicke zweifache mit der K-90. Bei Miklaus? Ah ne. Ne, bei Nico ist er da drin. Hörst du, Nico? Ey, bei mir? Ey, Maxi. Ja, ja, bei dir, oder was? Ja, ja. Ich soll reinkommen. Ich bin auf dem Dach bei dir. Hab einen noch. Nice, ich geh rüber. Hab zwei. Das sind aber noch vier, Maxi, ne? Ja. Maxi, ist bei dir clear? Weil oben ist clear. Wir können eigene Klassen kaufen, wenn ihr wollt. Ja. Unten ist auch clear. Geiler Schlipper. Was haben wir denn? Moment, war das ganz vorne Schlipper? Ne, ne, ne. Neco. Ich werde dir noch, äh, 200 droppen. Dann kann ich nochmal, äh, Mast, äh, Westen kaufen. Liegen noch zwei. Du wirst verfolgt, ich werde verfolgt, le, le, le. Äh, jetzt ist Stufe 2 schon. Äh, wo sind die Platten? Wie, wie haben die? Oh. Wie viel brauchst du? Äh, ja, eine Mal. Soll ich auch mal annehmen? Ja, dann mach mal. Ja, die sind hier irgendwo. Dahinten sind sie, ich hab sie gesehen. Sind sie am Einkaufswagen? Sind sie am Einkaufswagen? Oh, ja. Von links wird geschossen. Auf uns? Ja, da unten sind sie. No shit. Oben auf dem Dach, oder was, Jungs? Ne, 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 nicht auf dem Dach. Unten. Am Haus. Die sind in das Haus hier rein. Oben auf dem Dach. Hab einen Knocked. Team ist da oben. Da oben ist er da. Ich hab ihm mitgegeben. Schade. Einer Knocked. Shit. Was? Ich geh rein ins Haus. Hier hast ne Gasmaske. Hä? Hä? Was los? Oh, einer auf dem Dach noch. Hat er dich gefickt? Nein, aber Bro. Maximo. Hier noch. Ticko, ja. Rechts unten. Rechts unten. Rechts unten. Ja, hier ist wieder drin. Aber geh nicht rein. Oh, da sind zwei. Auch um Gottes Willen. Ach, scheiße. Ich dachte, da wäre nur einer. Ach, Poggersnot. Scheiße. Papeider. Papeider gefickt. Gut. Bleib mal da, damit ich zurückkommen kann, meine Sachen wieder nehmen kann. Ja. Gönn einfach nur Gula. Gute Waffe, dann gewinne ich. Oh, shit. Ich hab's. Jungs, schwere Zeiten, Alter. Auch lange greift. Ach, jetzt. Oh, scheiße. Dann muss ich auf die andere Seite. Ah, let's go. Und, äh, Platten. Nico, hier noch ne Platte. Nice. Äh, Nico, wart ihr hier. Selfy-Ref. Nico, wie viele Platten hast du? Drei. Oh, shit. Okay. Ja. Oben zwei. Kann ich zum Loadout droppen? Das ist gerade zu risky. Ich geh auf jeden Fall jetzt. Ich geh auch hin. Junge. Nimm die Sniper, du Hund. Ja, ebenso mal vor uns die Flagge machen, oder nicht? Ja, bitte. Ich kauf mal ne Munitionskiste. Oh, da ist ja noch ne Platte. Nehm ich. Ja, nehm ich. War das noch eine? Oh, die Korschmetzen kippen zu Hause. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, weil wir nicht gewinnen. Wenn wir jetzt gewinnen, dann hast du es nicht mehr. Ah, ja. Oh mein Gott. Hinter mir wird auch wieder gestossen. Wo? Äh, von 70. Direkt oben auf dem Dach. Könnt ihr markieren? Seht ihr was? Street Break, ja. Markiert? Prezi Luftschlag kommt. Ja. 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 Ihr könnt nicht markieren, oder? Die sind direkt auf dem Dach, Nico. Auch bei uns, oder was? Ja, ne, ne, ne. Es bringt nichts, es bringt nichts, es bringt nichts. Ich bin hier halt ein bisschen gekommen. Wir sollen hier runterkommen, Bro. Wir haben keinen Smoke, wir haben hier nix. Ich riskiere jetzt gleich, warte. Soll ich Airstrike machen? Wenn ihr markieren könnt, kann ich Airstrike machen. Wir müssen unterspringen, leider. Ja, willst du rechts runter, oder links runter? Links. Oh nein. Fuck. Warte, wir springen hoch auf Risky und gehen eins höher in Deckung. Kommt der? Oh, Mann. Ja. Ich hab ihn auch noch nicht. Dass er das getroffen hat, ey. Das ist praktisch wieder ab. Hab ich ihm Hit gegeben? Oh shit, Alter, Jungs. Oh, das ist so behindert, der Fight. Ja. Ich hab keine Platten mehr. Oh mein Gott. Die ist aber auch nicht geil. Hab einen Nockt. Nice. Ihr müsst mir helfen, Jungs. Die pushen mich, jetzt safe. Ich bin eher auf der rechten Seite, Jungs. Einer shield hier wieder. Wo ist dein Niko? Kannst du markieren? Ja. Ja. Nein. Hab ihn Nockt. Hab ihn Nockt mit dir, Niko. Alle noch rechts, alle noch rechts. Ja, ja, ja. Das ist ne Snifenspiele von denen. Es sind noch zwei. WTF? Ich bin komplett flashed. Einer ist runter gesprungen. Wo Niko? Warte. Da. Markier! Ich glaub, die sind richtig zu öfters. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Wir müssen zum Microsoft anlegen. Was für ein komplett behinderter Fight, Jungs. Aber eigentlich haben wir den gewonnen mit heute jetzt grad. Eigentlich haben wir den gewonnen, ja. Einer ist dead von denen, oder? Hast du gefinisht? Ich hab einen dead gemacht, ja. Nice. Ich muss erst mal komplett einmal auffüllen. Ja. Hast du noch welche, oder? Ich hab drei übrig. Okay, dann nehm meine hier. Ich mach full. Hinter uns noch einer. Hinter uns noch einer. Hinter uns. Wo du markiert hast, oder? Ja. Man sieht's ja kaum. Snipet auch. Ja, der Sniper. Ja. Hab einen mitgegeben? Ne, der hat das Auto eingeschrieben. Ja, er hat einen Hit im Auto. Sheetbrake. Nice. Ich bin aufgeschossen. Ich brauche Hilfe. Von wo? Von wo? Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Down, down, down. Nice. Jungs, lass durchziehen. Bitte. Jungs, wir müssen unbedingt Zone. Hinter mir Sniperjungs. Oh shit. Da. Habe einen down. Nice. Team Wiped. Let's go. Einmal Platten wär' noch geil. Ich find' Plattenfuhl. Oh mein Gott, das ist genau hier drin. Das ist eigentlich geil. Ich merke, der Chat Belief. Der Chat Belief gerade, Jungs. Ihr Belief. Jungs, in welches Gebäude sollen wir gehen? Oh, was ist das? Das hier wär' ja auch geil. 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 Ne Gasmasker. Ach, ich hab' noch keine. Lelelelel. Hier ist eine. Lelelelel. Wir haben alle Self-Ref Jungs. Denk dran. Ohja, Maschallah. Ich hab' noch ein Airstrike sogar. Das ist auf jeden Fall Pogos. Oh nice. Da unten ist einer! Oh ja, rechts von uns, rechts von uns auch, 50 Meter. Er piekt, der ist so dumm. Oh mein Gott, er hat mich gefällt! Er hat mich gefällt! Ich schaue doch mal rum! Nico, ich kann dich nicht resten! Das geht nicht! Sascha, jetzt gehts! 40 Meter direkt noch vor uns! Er hat mich einfach... 31 Meter! Vielleicht vor uns, Moved irgendwo! Von außen kommt auch wer! Ist er noch da? Ich will nicht peaken eigentlich! Pass auf, nicht, dass er oben ist im Fenster! Er piekt da oben im Fenster, Nico, pass auf! Welches Fenster? Bei dem Haus, wo du gestorben bist, rechts oben am Fenster! Also nicht peaken! Sollen wir Moven? Let's go! Wo ich markiert habe, drei Gegner, vergesst es nicht! Lass hier ein bisschen mit Deckung Moven, wenns geht! Oh, da steht schon alles von links! Ja, ja! Oh, Digga! Wieder mal Legenden! Ja, ja! Aufpassen, hier drin sind welche Jungs, glaub ich! Oh, ich hab noch einen Schuss abbekommen! Piss dich! Hier an der Mauer, Jungs, hier an der Mauer! Einer ist knocked! Ich öffne Nade drüber! Boah, da kommt irgendwie viel von hinten! Hab einen downed! Direkt hinter der Mauer, oder was, Sascha? Nee, bei grün, ich guck ganz wahnsinnig als hier! Achso, okay! Die müssen eigentlich jetzt da gleich rauskommen, bei der Mauer! Nico, hast du rechts? Ich hab links! Du meinst bei der Mauer? Ja! Ich hab rechts! Beide vor mir, Nico! Beide vor mir! Ich brauche Hilfe! Halt einen Sheep-Break! Ich hab ihn! Oh nein! Oh, down! Das holt ihr, Jungs! Gute Posi! Komm zu dir, ich bin bei dir, Sascha! Wir haben uns noch einen Schuss nicht! Da kommt jemand! Pass auf, Sascha, komm hier! Die kommen jetzt rein! Lass kurz up-aimt! Auf'n Dach? Du könntest den Airstrike direkt vor dir an die Wand richten, Nico! Stimmt! Das mach ich gleich, wenn die Endzone kommt, oder? Ja! Oh, das könnte unser winning Ding sein! Die sind rusegesprungen, glaub ich! Okay, frei, Nico! Nico, mach jetzt! Jetzt? Ja, mach! Hierhin? Ja, ja, mach! Wenn er weg ist, musst du raus! Eins gegen eins! Wo ist der? Du musst, du musst rechts raus. W- 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 We win 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 win! Ich hab ihn schon gesehen! Ich war zu sehr darauf fokussiert, dass er noch auf dem Dach ist. Es kam einfach kein Gigi zu mir. Du springst dann raus und ziehst ihn direkt vor dir. Ich war so darauf fokussiert, dass der Typ noch auf dem Dach ist und dass ich gleich nach oben gucken muss. Mein Papa ist Optiker, der kann nicht mehr Klang werden. Danke, Digga.